Die Dentalbranche ist natürlich im Umbruch. Die Digitalisierung überall. Mit CEREC haben wir die Möglichkeit, es viel angenehmer für Patienten zu machen, mit einer digitalen Abdrucknahme. Viel effektiver für die Zahnärzte, weil der digitale Prozess spart viele Schritte. Und wir können es noch viel sicherer machen, denn viele risikobehaftete Prozessschritte, wie zum Beispiel ein Provisorium, fallen komplett weg. Die Implantologie ist ja heute auch ein wesentlicher Bestandteil des normalen Repertoires eines Zahnarztes. Es ist also ein Mehrwert an sich, das jetzt auch mit CEREC machen zu können. Die neue CEREC-Software 4.5. Mit dieser Version haben wir uns auf ein paar ganz spezielle Bereiche konzentriert. Auf den Automatismus in der Software, auf die Qualität der Software, denn es ist wichtig, was am Schluss dabei herauskommt. Und auf die Einfachheit in der Software, weil das macht am Schluss den Unterschied, dass die Software noch einfacher ist, noch intuitiver in der Anwendung. Aber wir haben natürlich auch neue Features eingebaut. Zum einen können wir nun mit der Software die Farbe erkennen, diese dann auch als Vita Classic oder Vita 3D wiedergeben. Und im Bereich der Qualität haben wir einen Vollkiefer-Scan-Modus eingeführt, der gerade die Präzision bei weitspanigen Brücken verbessert. Wir schauen auf die Veränderungen für die Orthodontik-Specialist in der Praxis mit CEREC-Ortho-Software 1.2. Was ist besonders daran, dass es die Modell-Analysis, die Diagnostik, der Orthodontik-Case in der Partie des Scanning-Appointments. So it's not something that's done at a different time than when the patient's in the practice, it becomes part of the scanning workflow with tools that automate a lot of the process and save especially a lot of doctor time in your typical case analysis. Ganz konkret haben wir hier die integrierte Implantologie vorgeführt und gezeigt, wir machen nicht nur die prothetische Versorgung mit CEREC, sondern in der Kombination mit unseren 3D-Röntgengeräten kann eben auch CEREC in der Chirurgie einen wesentlichen Beitrag leisten. Das ist übrigens etwas, was nur Denspy Cirona liefern kann. Hier sind wir wirklich weltweit der einzige Anbieter, der das leisten kann. Für die erste Mal ist es möglich, die Scan-Data aus einem Open-Format-STL-File aus dem System zu exportieren. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit, dass alle freiwillig zu machen, die sie gerne wollen. Aber es wird nicht stopt, dass wir immer wieder konzentrieren an diese dedicated Workflows, die start-to-finish sind, along ein Weg, das wir oft sehen, wie oft benutzt werden. Und wir machen, dass jeder Schritt in die Weg, so smooth und so clean, wie möglich, um die Erfahrung zu machen, eine gute Idee für die Patientin und für die Patientin und für die Patientin. Der größte Unterschied bei CEREC und das, was es am Schluss ausmacht, ist, dass alles aus einer Hand kommt. CEREC bietet alles von der Kamera über die Software bis hin zum Fräsen. Und der Kunde kann sich sicher sein, dass wirklich alles miteinander so arbeitet, wie es soll, um ein perfektes Ergebnis zu bekommen. Durch die Ausgabe der Arbeit, die wir machen, indem wir mehr Kraft in die Patientin, indem wir unsere Lösungen zur Beziehung der Patientin, sehen wir, dass wir in ein paar Hände können, oder zumindest ein Beziehungsstück für die Patientin und das Orthodontische Prozess, auch. Und ich denke, das ist sehr unig. Es ist sehr wichtig, das Schrauben der Patientin, Schrauben und Schrauben zu gehen, gehen zu den Dänen, die viele Leute fühlen. Untertitelung des ZDF, 2020